Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal von StandoGaming und heute springen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Ark Survival Evolved. Redsendet nicht, will ich aber bald spielen. Ja, was machen wir? Ich habe in der letzten Folge mir hier einen Sperr gemacht. Ja, ein Sperr gemacht. Mein Bild, hallo, ich bin, ich bin, ah jetzt, ja, ein Sperr gemacht. Und heute werden wir Leder farmen für den Leder, warum hängt es schon da so? Und wir haben auch 9 Points. Ähm, ja. Äh, ne, 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 ne. Ah, hier, genau. Brauchen wir nämlich einmal Füber 12 und einmal Leder. Füber? Ich weiß gar nicht, was Füber war. War der Füber? Das hier? Ne, das war Batch. Ich weiß nicht, wie man es auch schon beschrieben hat. So, ähm. Hier verbraucht man aber Füber und Fein. Ich weiß, dass man, ähm, warte, dass man hier dieses Füber bekommt. Genau. Dieses Fein soll angeblich Leder sein. Und dazu müssen wir hier ein bisschen schlaufen und gucken, wo hier Leder ist. Ich sehe hier auf jeden Fall Dodos. Das reißen die, glaube ich. Können wir mal kurz ein bisschen aufreden. Ja, da haben wir doch einen. Okay, mein Speer steht schon wieder kaputt. Okay, laufen wir wieder zurück, damit wir auch wissen, wo wir herkommen. So, let's go. So, gut. Das heißt, wir haben jetzt Leder und können uns kriegst dieses Wasser, denkst du. Man kann übrigens auch Wasser tatsächlich hendurch essen. Ähm, das heißt, wenn ich esse, hier praktisch so Bären, habe ich eigentlich Fleisch gekriegt? Ja, hab ich so. Geil. So, machen wir jetzt erstmal das hier. Ähm, das macht man, glaube ich, mit dem Bau. Ja. Hier. Jetzt warfen wir einmal. So. Dann haben wir nämlich Wasser. Das ist nämlich super. Dann können wir nämlich Wasser drin. So. Genau, da ist es auch schon. Ähm, gehen wir mal in mein Literal und ziehen das mal hier hin. So. Gut. Das Fleisch können wir auch mal hier hinziehen und sprömen wir mal braten, damit wir der Full Life haben. Dazu machen wir das hier vorne. Und. Die Gebrauch. Holz ist hier schon drin. Und nehmen wir das hier einfach rein. Das heißt, wenn ich probieren müsste, hier ein bisschen Holz rausnehmen, damit das hier so reißt. So. Können wir hier mal gucken. Storage 2. Auch das hier. Glaub schon. Ja. Ah ja, jetzt ist hier praktisch. Haben wir auch ein bisschen Kohl. Jetzt ist mir auch warm, weil ich das hier angemacht habe. Können wir mal gucken, wie wir hier Wände machen. Weil wir möchten noch mehr Brötchen. Darf nicht. Ähm, ja, muss ich mir hier vertrauen. Nicht. Fies auf den Traum. So. Okay, dann brauchen wir wieder die Plätsch. Also Fasern praktisch. Und hier wieder die Sitzung. Also jetzt weiß ich, was wir wissen. So. Schöpfer. Hab ich jetzt schon genug? Wo ist das denn da? Ne, mir fehlt noch ein Dämm. Also ich hoffe, ich schaff das jetzt. Oh, ich rede nicht, aber wir haben. Ach, 20 brauche ich. Ey. Aber jetzt kann ich es warten. Okay, es war voll. Komm auch mal. Wow. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Holz wieder reinlassen. Weil Holz ist immer so das, was ich am meisten habe. Und das soll ich auch. So. So. Bam. Habe ich jetzt keinen Boden gemacht oder was? Auch schon, ne? Ah ja, perfekt. Gut. Das kann ich jetzt üben. Bam. Nice. Jetzt habe ich sogar schon zwei. Also ich will auf jeden Fall noch zwei Weißes drin bauen. Also nochmal krass. Und dann, ähm, Wände machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Müssen wir hier mal kurz gucken. Wir haben hier ein Dach und eine Tür. Die braucht nicht Licht. Wir brauchen jetzt erstmal, ähm, ähm, naja, Achsen. Wir sind in der Achsenseite. Wir brauchen hier auf jeden Fall Wind. Das ist dann mit Stein und Bett. Okay. Dann werden wir hier auf jeden Fall noch mal kurz gucken. Und dann, ähm, den Edge, den wir hier haben. Hinter aber auch. Ne. Ich weiß mal, dass du merkst, wirst du denn das nicht passiert? Hallo. Danke. Toll. Moment, wie das. Ich bin froh, dass ich nicht schnauze. Was? Oh. So. Ähm, wir haben einen Freund. Wo sollen wir das mal rein? Ich würde sagen. Den Gewicht, oder? So. Ich bin noch. Kinder essen. Jetzt können wir hier einmal etwas darüber ziehen, weil wir etwas haben. So. Okay. Wir haben noch mehr. Warum? Jetzt brauchen wir noch mal den Wind, den ich durchsteigen. So. Aber ich habe sogar schon den Wind. Und, perfekt. Jetzt kann ich hier wieder nachschwarfen. Fertig. Und ich habe eine neue. So. Ich habe hier weggeworfen. Ein Speer würde ich auch wieder machen. Da brauche ich nochmal zwei Wind einfach. Okay. Ich habe hier wieder ein Wind. Ich habe hier wieder Holz hier fein lassen. Ich glaube, also Gewicht ist so ein bisschen das Problem. Aber macht es. So. Habe ich eigentlich genug zum... Ups, oder? Ich habe eigentlich genug zum... Essen. Nee. Gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Oh nein. Hm. Ich habe es ausgemacht. Aber es ist ja alles fett. So, jetzt müsste ich doch übelst viel Essen haben. Ich? So. Geben Sie mir Essen. Ah, locker auf dem... Auf dem... Er weg. Trinken wir auch mal was? Trinken wir in den Luft. Jo. Gut. Haben wir auf jeden Fall auch in den Luft und trinken. So. Ähm. Böen. Böen, Böen, Böen. So. Also brauchen wir nochmal Dätsch. Und Pribba. Kann ja hier durch. Was ist hier? Das macht ja alles hier nichts. Pribba habe ich jetzt, glaube ich, genug. Äh, 19 kann ich. Jetzt kann ich... ...die ich noch machen. So. Okay. Fällen wir hier mal die Bäume. So. Ey, nicht auf mein Gebäude. Ich habe wieder zu viel Holz. Aber macht nichts. Nicht viele kann ich jetzt whorfen. Einen. So. Ich brauche aber noch einen weiter. Jetzt schon wieder genug für einen. Mir fehlt... Mensch, na. Was kriegt man eigentlich durch die? Oh, guck. Oh, guck. Oh, guck. Oh, guck. Oh, guck. Jetzt habe ich da aber nicht. Und zwar. Jetzt können wir... Oh, guck. Ist irgendwas gerade gegessen? Das glaube ich nicht. Hier ist immer noch kalt. Oh, ne? Wird mal Zeit, dass ich jetzt über mir ein Dach runterkomme. Oh, das ist größer, als ich dachte. Ist die gerade gepackt oder brav? Äh... Gut. Lassen wir jetzt mal. Ähm... Wie? Für Inventar. Genau, hier sind zwei. Zack. So. Jetzt. Brauchen wir ein... Brauchen wir erstmal Wendel. Was ist das denn? Das ist eine Tür. Was ist denn da? Hm? Ich brauche aber Wendel. Habe ich keine Wendelfreibe gezeigt? Warte. Nö, ich habe die einfach nicht gemacht. Hm. Hm. Bad Wall. Boah. Ah, schön. Boah. Ah, hier ist sie doch. Okay, da finden wir einfach nur ein Dach. Na gut. Warte, wie viele Wende brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 beziehungsweise nur 8. Weil, ähm, die Tür. Okay, ich habe jetzt schon noch ein Holz in meinem Körper drin. Hier ist die Bahn. Okay, eine können wir schon mal machen. So. Äh, Holz wieder fallen lassen. Ja. Perfekt. Ja. Auf jeden Fall noch eine zweite Wand. Zweite Wand. Zweite Wand, doch auch nicht. Ich habe mal einen auf der Trink bekommen. Einer hat noch einen, auf der Trink bekommen. Nein, ich habe mich müde gemacht. Nee, die sind ganz entfernt. Narko-Berries machen nämlich einen müde. Habe ich nämlich gegoogelt. Ja, ich habe auch ein bisschen Vorbereitet. So, kann ich noch eine Band machen? Das freut mich doch. Toll. Nein, ich will das nicht jetzt. You are... was? Wo ich... muss mal... Das kommt gleich jetzt hin. Oh, ich habe wieder ein Dings. Mache ich mal wieder ein Gewicht. So. Boah. Der hat mir jetzt viel gegeben. Warum kann ich nur einen machen? Mann. Muss ich insgesamt drei haben. Hallo. Ich will... Ich will sehen was ich dafür brau. Ey. Dann halt nicht. Gut. Machen wir jetzt Wände. Weil es wird nämlich Nacht. Das heißt, die erste Nacht kommt bald. So. Können wir dann einfach die Feuerwehr rumlaufen? Drei. Kann man hier auch was da rummachen? Drei. So. Wow. Wir haben drei Wände. Hat schon der gekackt. Die Quelle. Gut. Gucken wir sortieren jetzt mal mein... Ähm... In den K... Äh... Stein kommt gleich in den K... Das hier kann ich raus. Warte. 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 Gut. Warte. Ein Google Browser hat einfach gerade gar nicht Wartet. Äh... Mein... Ein Google Dings. So. Was? Was hast du gefunden? Hä? Ey, manche Wasser ist echt creepy. Warum reagiert der? So. Beden habe ich da gar nicht gewählt. Aber das hier. Und diese Bären. Die sind die Komadaten. So wie die Narko-Berries. Das hier. Und dieses Blaue. So. Die sind mittlerweile eigentlich schon gerade gammelt. Weiß ich nicht. Ähm... Stein. So. So. Okay. So. Perfekt. Das blöde ist jetzt, dass es Nacht ist. Das heißt, es könnte sein, dass ich in der nächsten Folge eventuell angegriffen werde. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ja. Schaut außerdem auf meine Website vorbei. Das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. In der nächsten Folge gucken wir auf jeden Fall nach einem Bett. Denn... Ich muss euch mal zeigen. Ein Bett ist auch ganz gut. Ich glaube. Damit kann man die Nacht nicht verweisen. Ne. Simple bed. Genau. Hier. Weißt du was? Das machen wir jetzt mal so. Zack. Requirement by sleeping. Okay. Aha. Gut. Ähm. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder Kribber. Dann auch wieder Leder. 40 Leder. Boah. Ähm. Fasern. Äh. Und Holz. Joa. Gut. Okay, Leute. Wie wir das machen, seht ihr in der nächsten Folge. Habt einen Drama-Flag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Ich hab meinen, wer den Tom go? Was somebody show me? Getting a run slow. You know where I'm going. Back at your club, girl. Your feelings are showing. und